Als serviceorientierter Dienstleister verbinden wir Netzebenen bundesweit. Seit 1984 sind wir erfolgreich im Bereich Netzwerk und Kommunikationstechnik. Für Privat und Gewerbe als offizieller Partner der Deutschen Telekom. Service und Know-how gehen bei uns Hand in Hand. Denn wir betreuen unsere Kunden auf allen Ebenen. Von der Planung bis zur Übergabe der fertigen Kommunikationslösung. Wir übernehmen den Anschluss von Telefon- oder Netzwerkanlagen von der Hauptverteilerstation bis zu Ihnen ins Gebäude. Wir legen den Grundstein für die Internetwelt von morgen durch den landesweiten Ausbau des Glasfasernetzes. Seit 1984 sind wir Service-Dienstleister und Glasfaser-Ausbaupartner der Deutschen Telekom AG. Seit 2018 Service-Dienstleister der Netco Laun. Zuverlässigkeit und Expertise sind unsere Kernkompetenzen, für die wir als familiengeführtes Unternehmen bereits seit mehr als 30 Jahren stehen. VerrGeeleister der Netco Laun. Intro Untertitelung des ZDF für funk, 2017